Jeder wandernde Mönch konnte in einem bestimmten Zen-Tempel verweilen, wenn er mit denen, die im Tempel leben, eine Diskussion über den Buddhismus führte und gewann. Wurde er besiegt, so musste er weiterziehen. In diesem Tempel im nördlichen Teil Japans lebten zwei Mönchsbrüder miteinander. Der Ältere war gelehrt, der Jüngere dagegen war dumm und er hatte nur ein Auge. Eines Tages kam ein wandernder Mönch des Weges und bat um Unterkunft, indem er mit Anstand zu einer Debatte über die tiefe Lehre Buddhas herausforderte. Der ältere Bruder, der müde war vom vielen Studieren, überließ dem Jüngeren seinen Platz. Geh und bitte darum, dass das Gespräch schweigend geführt wird, riet er ihm vorsichtig. Also begaben sich der junge Mönch und der Fremdling zum Schreien und setzten sich nieder. Kurz darauf erhob sich der Reisende, ging zum älteren Bruder und sagte, Dein jüngerer Bruder ist ein prächtiger Bursche. Er besiegte mich. Berichte mir über den Dialog, sagte der Ältere. Nun, erklärte der Reisende, zuerst hielt ich einen Finger hoch, der Buddha, den Erleuchteten, repräsentierte. Daraufhin hielt er zwei Finger hoch, was auf Buddha und seine Lehre deutete. Ich hielt drei Finger hoch, was so viel hieß wie Buddha, seine Lehre und seine Anhänger, die in Harmonie leben. Daraufhin stieß der mir seine geballte Faust ins Gesicht, womit er darauf hinwies, dass alle drei einer Verwirklichung entspringen. So gewann er und ich habe nicht das Recht, hier zu bleiben. Danach verließ der Reisende den Tempel. Wo ist dieser Kerl? fragte der Jüngere, wobei er gegen seinen Bruder rannte. Ich denke, du hast die Debatte gewonnen. Nicht im Mindesten, ich werde ihn verprügeln. Erzähle mir den Inhalt der Debatte, sagte der Ältere. Nun, kaum sah er mich, da hob er einen Finger und beleidigte mich, indem er darauf anspielte, dass ich nur ein Auge habe. Da er ein Fremder war, wollte ich höflich zu ihm sein und so hielt ich zwei Finger hoch, damit ich ihn dazu beglückwünschte, dass er zwei Augen hatte. Daraufhin hielt dieser unhöfliche Lump drei Finger hoch, um zu verstehen zu geben, dass wir zusammen nur drei Augen hätten. Da wurde ich wütend und schlug ihn, aber er rannte hinaus und damit endete es. Ein fast winterliches Hallo und willkommen zurück in meinem Podcast Burnout von der Leichtigkeit des Seins. Heute, in Staffel 5, Folge 8, folgt die Fortsetzung der letzten Folge und es geht noch einmal um das Thema Burnout, Depressionen und Medikamente. Die Sache wird jetzt rund gemacht, denn nachdem ich dir in der letzten Folge vor allem erst mal über die heutzutage standardmäßigen Ansichten und Methoden berichtet habe, kommen wir nun endlich zu meinem berühmten Wechsel des Blickpunkts. Denn du erfährst gleich von mir, was ein Burnout aus Burnout Coaching Berlin Sicht ist, wie Depressionen in diesem Kontext einzuordnen sind und vor allem, wie du selbst mit Hilfe von vier Fragen und sechs Schritten herausfinden und entscheiden kannst, ob es für dich wirklich nötig oder gar hilfreich sein könnte, dich medikamentös unterstützen zu lassen oder nicht. Wichtig an dieser Stelle Diese Episode baut auf die vorhergehenden Folgen, also Staffel 5, Folge 6 und 7 auf und ist wahrscheinlich leichter einzuordnen, wenn du beide bereits gehört hast. Oft werde ich gefragt, ob Burnout und Depressionen das Gleiche sind. Das kommt, wie so oft, auf den Blickwinkel an. Die westliche, also unsere ganz normale Medizin, hat den Begriff Burnout als ein Oberbegriff gewählt für alles, was man so haben kann an Symptomen, wenn Körper und Geist nachhaltig erschöpft und ausgehungert sind. Auch wenn ein Burnout sehr, sehr oft mit Depressionen einhergeht oder sich über eine Depression äußert, so ist das nicht das Gleiche. Manche Menschen haben Rücken- oder Kopfschmerzen als Leitsymptom bei Burnout. Erschöpfung, Schlafstörungen oder innere Unruhe zählen zu den Burnout-Symptom-Klassikern. Und obwohl sie ebenfalls Symptome für eine Depression sein können, so können sie auch als Begleiterscheinung in einem Burnout ohne großartige Beteiligung einer Depression auftreten. Die Definition von Burnout ebenso wie die von Depression und auch die strikte Trennung beider Begriffe ist schulmedizinisch nicht so einfach, da beides sehr große Themengebiete sind, unter denen sich alle erdenklichen Beschwerden zusammenfassen lassen. Deswegen ist es leider auch nicht selten, dass Beschwerden, die eigentlich tatsächlich eine körperliche Ursache haben, psychisch bedingten Depressionen zugeordnet werden und andersrum, dass Beschwerden, deren Ursache in der Psyche liegt, körperlichen Erkrankungen zugeordnet werden. Bei Burnout-Coaching Berlin kombinieren wir das Wissen der westlichen Medizin mit dem Wissen der fernen östlichen Medizin, dem Ayurveda. Das Ayurveda macht es uns hier ein bisschen einfacher. Denn ayurvedisch betrachtet sind sowohl Burnout als auch Depression nichts anderes als ein energetischer Kollaps. Der passiert, wenn weniger Energie nachkommt, als du ausgibst, oder wenn du mehr Energie ausgibst, als du aufnimmst. Das hört sich an, als wäre es dasselbe, ist es aber nicht. Dein Dasein wird also auf irgendeiner Ebene nicht genug mit frischer Energie gefüttert. Oder du hast über lange Zeit mehr Energie ausgegeben, als du hattest, obwohl du dein Dasein mit Energie gefüttert hast, oder meistens beides. Vielleicht hast du zu oft und zu lange zu wenig geschlafen. Eine weitere Spur auf der Suche nach dem Grund für deinen Energiekollaps findet sich in alten Traumata zum Beispiel, die irgendwo tief im Unterbewusstsein vergraben liegen und niemals verarbeitet wurden. Diese Traumata fressen über Jahre unheimlich viel Energie und bleiben doch oft unbemerkt im Alltag. Schlussendlich würde ich Burnout und Depressionen mit einem Konto vergleichen, aus dem aus verschiedenen Quellen Geld eingehen muss, damit du an verschiedenen Posten Geld bezahlen kannst. Hast du zu viele Posten oder einen Posten, den du seit Jahren zahlst, ohne es zu merken? Oder hast du, sagen wir, fünf Geldquellen, die dir theoretisch zur Verfügung stehen würden, um das Konto zu füllen? Aber von denen nutzt du nur drei, so wird dein Konto zwangsläufig ins Minus gehen. Und hier sind wir wieder bei Burnout, Depressionen und Symptom. Ein Symptom davon ist zum Beispiel die Erschöpfung, ein anderes könnte die Aggression sein, um sich gegen noch mehr Belastung zu wehren. Was wir schulmedizinisch als problematisch erachten und wo leider auch viel zu oft dann der Behandlungsansatz beginnt, sehen wir das Ganze ayurvedisch betrachtet als nützlich und sinnvoll. Diese Symptome sind etwas, was dein Körper ganz gezielt und bewusst benutzt. Was er tut, ist nämlich zu versuchen, dich davon abzuhalten, noch mehr Energie zu verschleudern, die du nicht hast. Und sie sich stattdessen zurückzuholen, indem er blockiert und absolute Ruhe und Erholung einfordert. Deswegen ist es ein ganz typisches Phänomen, dass in den ersten Tagen und Wochen der Krankschreibung die Müdigkeit, die Schwere stärker werden. Manche Menschen haben ihr System so lange auf Leistung getrimmt, dass sie vor der großen Müdigkeit das Gefühl haben, dass sie immer noch weiter, weiter, weiter machen müssen, obwohl sie ja eigentlich jetzt krankgeschrieben sind und zur Ruhe kommen können. Das hat damit zu tun, dass Körper- und Geist Gewohnheitstiere sind. Körper und Geist mussten lange warten und müssen jetzt vieles loslassen, um sich endlich tief ausruhen zu können. Denn jetzt dürfen sie das. Und du spürst vielleicht auch zum allerersten Mal, wie unfassbar niedrig dein Energielevel überhaupt ist. Jetzt, wo du besser verstehst, wie ein Burnout und auch viele Depressionen, nicht alle, darauf bin ich in der letzten Folge eingegangen, zustande kommen, leuchtet es dir vielleicht auch ein, warum Psychopharmaka, die deinem System nur suggerieren, dass es wach und leistungsfähig ist, niemals die Lösung sein können. Sie geben dir nicht mehr Energie. Sie verschaffen dir keine echte Erholung. Sie helfen im Prinzip nur dabei, noch ein bisschen länger Raubbau am Körper und an deinem Geist vorzusetzen, sozusagen deinen Kontostand im Minus und die viel zu hohen, meist unbewussten Ausgaben oder mangelnden Einkünfte zu ignorieren, was langfristig gesehen alles nur noch schlimmer macht. Nicht das Müdigkeitsgefühl muss weg, sondern die Müdigkeit. Nicht das Gefühl, völlig drüber zu sein, muss weg, sondern die Flut der Eindrücke muss weniger werden. Deshalb werden Psychopharmaka allein niemals irgendwas lösen und deshalb sind eine Psychotherapie oder ein Coaching auch unersetzlich. Ausnahmen bestätigen die Regel, sind aber sehr selten und wurden, wie gesagt, in der vorhergehenden Podcast-Folge benannt. Butter bei die Fische Ob es in deinem individuellen Fall wirklich nötig und überhaupt sinnvoll ist, Psychopharmaka einzunehmen, kannst du gleich anhand von folgenden vier Fragen in dir selber erkunden. Danach kannst du dich anhand der sechs darauf folgenden Schritte weiter vorantasten. Beides, also die vier Fragen und auch die sechs Schritte kannst du als Liste auf meiner Webseite herunterladen, ausdrucken und mitnehmen, um nichts zu vergessen und alles Wichtige im Laufe der Arztbesuche und so weiter zu notieren. Los geht's! Vier Fragen, die du dir stellen kannst, wenn du wissen willst, ob Psychopharmaka nötig sind. Erste Frage. Habe ich das Gefühl, ich weiß schon, dass oder was bei mir im Argen liegt? Also Erschöpfung, Mobbing, Alltagsstress, Ängste, Unzufriedenheit, Mangel an interessanten Input, alte Traumata oder ähnliches? Wenn die Ursache erkennbar oder für dich zumindest schon zu vermuten ist, hast du bereits einen Ansatz, woran du arbeiten müsstest und die Wahrscheinlichkeit, dass es unbedingt Medikamente braucht, ist geringer. Denn das Problem ist schon in greifbarer Nähe und kann einfach angepackt werden. Zweitens Habe ich ein Gefühl, was jetzt zu tun ist? Was sagt mein Bauchgefühl? Was sagt mein Körper? Will er etwas? Weiß er, was er braucht? Eine Ausruhzeit zum Beispiel? Wenn ja, hast du hier eventuell sogar schon den Finger auf dem Lösungsansatz und tastest dich schon in die richtige Richtung. Die Wahrscheinlichkeit, dass es unbedingt Medikamente braucht, ist auch hier relativ gering. Drittens Habe ich Suizidgedanken oder massive Schwierigkeiten, mein Leben lebenserhaltend, also mit Aufräumen oder Essen oder Einkaufen zu führen? Sind Leben und oder Lebensführung massiv bedroht, können Medikamente eine wichtige Überbrückungshilfe darstellen. Mit Lebensführung ist hierbei nicht gemeint, dass deine Wohnung blitzeblank sein muss oder dass du mit Freude jeden Tag einkaufen und shoppen gehst oder so. Mit Lebensführung ist hier gemeint, dass es einfach so ein paar grundlegende Sachen gibt, die wir tun müssen, damit wir unser Leben überhaupt bewerkstelligen und gesund bleiben können. Dazu zählt, sich regelmäßig zu waschen, dazu zählt, regelmäßig zu essen und dazu zählt eben auch zum Beispiel, sich sein Essen einkaufen zu können. Wenn du dich von deinem Burnout oder deiner Depression oder beiden so sehr eingeschränkt fühlst, dass du nicht mehr essen kannst, dass du es nicht schaffst, dir die Zähne zu putzen und duschen zu gehen, dann ist es das, was wir bei Burnout Coaching Berlin als eine bedrohte Lebensführung bezeichnen würden. Also sind Leben und oder Lebensführung massiv bedroht, können Medikamente eine wichtige Überbrückungshilfe darstellen. Frage Nummer vier. Sind organische Ursachen möglich oder vielleicht sogar bekannt, wie zum Beispiel ein Lithiummangel wie bei Carla aus der letzten Folge, Folge sieben, Staffel fünf. Nicht bei Burnout, jedoch bei Depressionen kann es vorkommen, dass ein Botenstoff eingenommen werden muss, den dein Körper von Geburt an nicht produziert oder den er aufgrund einer Organschädigung im Moment nicht produziert oder oder oder. Darüber habe ich in der vergangenen Folge ausführlich gesprochen. Auch andere Botenstoffe können durcheinander sein. Das waren schon die vier Fragen, die dir einen ersten Überblick oder ein bisschen mehr Klarheit in dir selber schaffen sollen. Und jetzt folgen sechs Schritte, die ich dir empfehle, als nächstes zu tun. Diese vier Fragen und sechs Schritte, die du als Wegbegleiter nutzen kannst, um den Überblick in Arztgesprächen und so weiter zu behalten, kannst du auf meiner Webseite herunterladen, ausdrucken und dann überall mit hinnehmen. Schritt Nummer eins. Der Besuch beim Hausarzt oder dem Neurologen für ein großes Blutbild. Bitte deinen Hausarzt um ein großes Blutbild. Bei Frauen kann auch der Gang zum Gynäkologen und ein Check des Hormonstatus angeraten sein. Achtung! Der Neurologe oder der Psychiater sind die Spezialisten, wenn es um Psychopharmaka und deren eventuelle Verschreibung geht, nicht der Hausarzt. Ein Eingriff in deinen empfindlichen Botenstoffhaushalt durch Medikamente sollte immer und ausschließlich von einem Facharzt vorgenommen werden. Zweiter Schritt Der Besuch beim Neurologen oder dem Psychiater Hausarzt und Hausarzt und den Hormonstatus beim Gynäkologen hast machen lassen, nimm die Ergebnisse unbedingt mit und lass deinen Neurologen oder deinen Psychiater drüber gucken. Um herauszufinden, ob hier nur sinnvolle Symptome übertönigt werden sollen, damit der Raubbau weitergehen kann und du arbeitsfähig bleibst oder ob es hier wirklich gar nicht ohne Psychopharmaka geht, halte dich an die 5 Ws und frag deinen Psychiater oder Neurologen aus, bis du sicher bist, dass du alle Informationen hast, die du brauchst. Denn das ist sein Job. Dazu ist er da, dir alles genau zu erklären und dich nicht einfach so abzuspeisen. Die 5 Ws lauten Warum soll ich das einnehmen? Was genau bewirkt ist bzw. wie genau trägt das zu meiner Heilung bei? Wie wirkt es in meinem Körper? Was macht es da? Welche Prozesse löst es aus oder stoppt ist? Was wären Behandlungsalternativen? Und wie lange schätzt der Facharzt die voraussichtliche Einnahmedauer? Schritt Nummer drei Die Zweitmeinung eines anderen Neurologen oder Psychiater Du hast jetzt schon einen relativ guten Wissens- oder Informationsschatz angesammelt. Du hast mit diesen vier Fragen deine eigene Position und deine eigene Sicht auf die Situation nochmal ein bisschen verfeinert. Du hast ein großes Blutbild machen lassen und dementsprechend die Möglichkeit jeden da raufgucken zu lassen und die Werte abzuchecken und du hast von einem Fachmann diese Werte und deine Gesamtsituation schon einordnen lassen und dir genau erklären lassen was er sich denn gedacht hat bei den Vorschlägen die er dir gebracht hat. Mit all dieser Wissenssammlung gehst du jetzt also zu einem anderen Facharzt der eben auch entweder Neurologe oder Psychiater ist. Zeig ihm deine Blutwerte erklär ihm deine Situation und warte mal ab was der dir vorschlägt. Eine Zweitmeinung einzuholen ist in Deutschland immer dein gutes Recht. Du hast eine freie Arztwahl und wenn es um so langfristige und so gewichtige Entscheidungen geht wie Psychopharmaka lohnt sich diese Zweitmeinung auf jeden Fall. Vielleicht fühlst du dich bei einem von beiden besonders wohl und kannst dir sozusagen auch deine optimale medizinische Begleitung für die nächsten Wochen und Monate heraussuchen. Also geh nochmal zu einem anderen Neurologen oder Psychiater und leg ihm wieder alles vor was du hast deine Blutwerte gegebenenfalls auch den Hormonstatus lass ihn drüber gucken und eine Einschätzung abgeben und erzähle ihm erst danach von der Empfehlung seines Kollegen und dann frag ihn auch nach seiner Meinung dazu und frag auch ihn wieder nach den 5 Ws für die Behandlung die er dir vorgeschlagen hat und selbst wenn die Behandlung die er vorgeschlagen hat die gleiche ist wie die die dir dein erster Neurologe oder Psychiater schon vorgeschlagen hat frag ihn trotzdem nochmal nach den 5 Ws denn ein anderer Arzt wird andere Worte benutzen und selbst wenn es sich um die gleiche Sache dreht werden sich hier vielleicht nochmal ein paar Sachen klarer herausstellen oder beantworten die du aus den Worten des ersten Neurologen oder Psychiaters vielleicht noch gar nicht so mitnehmen Vierter Schritt Hör auf dein Bauchgefühl Nun da du all diese Informationen und vielleicht sogar verschiedene Einschätzungen hast wozu tendierst du? Schritt Nummer 5 Vorausgesetzt du hast mal einen Ratschlag angenommen und dich in jedem Fall zu einem Psychotherapeuten überweisen lassen beziehungsweise dich für ein Burnout Coaching angemeldet Nimm die Sammlung all der Fragen die du deinen Ärzten gestellt hast die Auswertung auch wieder die Ergebnisse deines großen Blutbildes und des Hormonstatus und sprich mit deinem Psychotherapeuten über deine Erkenntnisse aus diesen vier Fragen mit denen du in dich reingehorcht hast und den ersten vier Schritten bis hierher die du getan hast und frage ihn oder sie nach ihrer oder seiner Meinung in Bezug in Situation das ist deswegen sinnvoll weil Neurologen und Psychiater viel mehr auf das körperliche und auf die Biochemie ausgerichtet sind während Psychotherapeuten davon auch Kenntnis haben sich aber vor allem mit den psychischen Prozessen sehr gut auskennen und ein Psychotherapeut quasi nochmal aus einem anderen Blickwinkel auf deine Situation gucken und vielleicht auch nochmal ganz anders einschätzen kann ob eine Psychotherapie reichen wird oder ob du vielleicht tatsächlich zur Unterstützung selbiger eine Zeitlang Psychopharmaka einnehmen solltest Schritt Nummer 6 Bedenkzeit so lange wie nötig nimm nimm dir die Zeit die du wirklich brauchst hör in dich rein wozu du tendierst und dann erst entscheide dich lass dich von nichts und niemandem unter Druck setzen das ist dein Körper es ist dein Leben die Behandlung und Therapie eines Burnouts dauert eine ganze Weile und die Entscheidung die du jetzt triffst ist also keine Entscheidung für einen Augenblick sondern eine Entscheidung die dich über die nächsten Wochen und Monate begleiten und auch über deinen Genesungsprozess entscheiden wird Diese vier Fragen und sechs Schritte kannst du jetzt auf meiner Webseite herunterladen ausdrucken und dann überall mit hinnehmen Bei den fünf Ws habe ich dir jeweils Platz gelassen damit du im Arztgespräch Notizen unter den entsprechenden Fragen machen kannst Den Link zur Psychopharmaka Checkliste findest du im Beschreibungstext dieser Podcast Folge Medikamente oder nicht Alles hat seine Berechtigung Es gibt kein grundsätzliches richtig oder falsch Die Frage kann immer nur sein Was ist das Richtige für mich oder und das ist auch das Mantra dieser Woche Was ist das Richtige für mich Hallo Hallo Susi It's me Eva Gerade vorweg Du bist ein Goldschatz Ich habe mich zutiefst gefreut über deine Nachricht und die an mich gerichtete Folge vom letzten Mal Ja Ich stelle viele Fragen und ich muss sagen die Erfahrungen die ich durch das Burnout gemacht habe lösen sich erst allmählich in positive Einzelteile auf Der wichtigste Teil daran ist dass ich achtsamer mit mir umgehe und mehr und mehr versuche meine Bedürfnisse wahr und ernst zu nehmen Ein anderer sehr wichtiger Teil Ob schon ich viele Jahre Hormone nehme wegen meiner Unterfunktion der Schilddrüse habe ich erst die letzten Monate mal richtig auf die Werte geachtet Sie sind seit Monaten schlecht Die Vermutung liegt nahe dass sich dies ebenfalls sehr negativ auf die Situation ausgewirkt hat Darauf kommen musste ich selbst Zwar wurde die Dosis jeweils seitens des Arztes angepasst Wie fest diese Tatsache aber auch meine Stimmungsschwankungen und Angstzustände beeinflussen kann davon hat man mir nichts gesagt Leider hat mich sogar ein Spezialist noch in eine katastrophalere Überfunktion manövriert Kein Wunder also dass ich Herzrasen hatte das sich wie eine Panikattacke anfühlte Es war echt schlimm Bei Depressionen oder Ähnlichem also unbedingt auch mal die Schilddrüsen Werte checken lassen Nun bin ich ja mit dem Psychopharmaka unterwegs Ja ich nehme noch immer vier Tropfen und glaube auch zu merken dass es eine positive Wirkung für mich hat Mir ist aber auf jeden Fall klar dass ich weiter an mir arbeiten muss besonders an meinen Gedanken dass ich auch weiterhin auf den Spuren der Suche nach meiner eigenen inneren Stimme bleiben muss um aus mir selbst heraus das Möglichste zu tun um mir selbst langfristig der beste Freund und Helfer zu sein Was ich darüber hinaus noch so tue ich höre mir fast täglich eine Meditation an manchmal auch eine Hypnose alles mit dem Ziel mein Unterbewusstsein positiv um zu programmieren Ich musste tatsächlich lernen mich im Spiegel anzuschauen mir zuzulächeln und zu sagen Hi you ich mag dich Ich habe angefangen es zu tun und mich von meinem eigenen Selbstbild gescheut Ich habe mich selbst nicht ausgehalten Heute weiß ich dass es das Allerwichtigste ist die Selbstliebe Ach und was ich bis heute einer deiner besten Tipps von dir finde gib 80% und lass die anderen vermuten dass du immer 100% gibst Und seit ich das tue erlebe ich viel mehr Wertschätzung sowohl von mir selbst als auch von anderen Sei herzlichst gegrüßt und doll gedrückt Alles Liebe Eva Jetzt sind wir schon wieder am Ende der Folge angekommen Ich hoffe ich konnte etwas Licht ins Dunkel bringen Wenn du gerne mehr von Burnout Coaching Berlin als nur die Podcast Folgen in deinem Alltag haben möchtest vernetze dich jetzt mit mir auf Facebook und Instagram Hier bekommst du Einblicke in meinen Alltag kurze Geschichten kurze knackige Infos zum Thema Burnout und alles was das Herz ein bisschen erwärmt Puderzucker für deinen Alltag 2020 sozusagen Die Links um Burnout Coaching Berlin auf Facebook und Insta ganz einfach zu abonnieren und mir zu folgen findest du in der Podcast Beschreibung genauso wie den Link zum Ausdrucken oder Speichern der Liste mit den vier Fragen und sechs Schritten aus der heutigen Folge Ich freue mich darauf dich auf Instagram und Facebook wiederzusehen Bis gleich Deine Susi Deine Susi Deine Susi Deine Susi Deine Deine Susi Untertitelung des ZDF, 2020